Hi Fans, wir sind kurz vor der Abreise in der USA, South Lake City, Stadt Utah. Am Dienstagmittag geht's los, dann fliegt man los. Und ich hoffe mal, ihr drückt mir alle wieder die Daumen. Wir haben jetzt schon eine neue Kollektion hier entworfen, extra für Novo kriegen zu meinem Heim-Grand Prix. Ich hoffe, jeder kommt hin und drückt mir die Daumen. Oder wenn er nicht hinkommen kann, dann vor dem Fernseher die Daumen drücken. Und die kann man, ja, ich denke abboten, bestellen in meiner Internetseite auf max76.com. Und ich hoffe, das ist wirklich eine sehr, sehr tolle Kollektion geworden. Und guckt es euch einfach mal an und man sieht sich dann spätestens in USA. Bis später. Ciao.